Hallo und Willkommen zurück zu Dishonored. Eben haben wir Lord Cho vernichtet. Tut mir ja auch irgendwie leid. Die meisten Gäste sind drin. Okay. Okay. Nee, nee. Hallo, erlauben Sie. Ja, ich erlaube. Was ne Party. Okay. Okay. Ah, hallo. Viel Spaß, meine Lieben. Nur noch ein paar Drinks, dann lache ich über Ihre Maske. Hoffentlich benehmen Sie sich. Ist die weiße, die wir suchen, wenn die beschäftigt sind? Namenssir. Sie sollten das als eine... Könnten Sie uns bitte nicht zum Reden hier? Was geht das? Meinen Sie nicht auch, dass mir diese Farbe steht? Ja. Ich suche mal die weiße Ladyboy. Guten Abend. Guten Abend. Ey. Au. Weißer Ladyboy. Sollen wir uns heute Abend auf Whisky und Zigarren treten? Daran habe ich nie gezweifelt. Vorsichtig, Sir. Sie wollen doch kein Ärger machen. Hier ist der Zutat verboten, gut zu wissen. Hier ist der Zutat verboten, gut zu wissen. Mal gucken, ob die Wanne überläuft. Ne, leider nicht. Mal gucken. Tut mir leid. Ich hoffe, die wissen jetzt nicht, dass ich jetzt bin. Nein. Ey, woher wusste der, dass ich das bin? Hilfe. 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 Woher wusste er, ganz ehrlich, woher wusste der, dass ich das bin? Ich brauche Hilfe. Das fände ich jetzt leicht unfair. Ich brauche Hilfe. Ich brauche Hilfe. Jetzt mal schnell wieder weg, ich habe ja alles, was ich brauche. Schnell weg, ich habe ja alles, was ich brauche. Gut. Gut. Wo ist denn? die weiße Lady Ball. Da ist sie. Ich muss dich nochmal sprechen. Bist du das? Hi! Was für eine sündig schöne Maske. Hey, rede mit mir. Ach sie schon wieder. Was? Wer ist denn die richtige Lady Ball? Vielleicht hat sich der Outsider in unserer Mitte geschlichen. Nee, ich komme vom Outsider. Ziel Not so ein Sammelgespräch. Töte Lady Ball, ob sie mal sind. Missionshinweis Das Pistolen-Duell mit Lord Show war erfolgreich. Lady Ball trägt heute Abend weiß. Lydia und Lady Ball trägt heute Abend schwarz. Ah, kacke. Und welche Burg haben wir? Beeindruckende Maske. Dank. Ja. Wenn sie verlieren. Eine Schwester trägt rot, eine weiß, eine schwarz. Ich passe. Meine Frau meint, wir sollten uns nach oben schleichen und nach Hinweisen zu suchen. Aber mir gefallen die Wachen dort nicht. Was darf ich ihnen bringen? Oh. Kacke, jetzt müssen wir uns doch nach oben schleichen. Ich muss den Preis haben. Wenn ich doch nur nach oben käme, es muss doch Spuren geben. Dann doch nach oben. Finde heraus, welche Obstumschleiche nach oben und durchsuche die drei Schlafgemächer nach Hinweisen. Das ist ein Schlafgemach. Das ist ein Schlafgemächer nach oben. Was geht da drüben? Vorsicht! Wahrscheinlich hätten wir sind überall. Ich wach! Wachen! Zu mir! Ich wach! Alter! The lady ball? Ich glaube von unten hat es niemand gemerkt Oh Sieh einer an Oder war hier doch vielleicht noch Dies war einst das Haus eines Oberauksseers Wir wollen Ihnen sicher jedes einzelne Zimmer zu entweiten Ist vielleicht Lydia und the Ladyboy Alte Freunde verschwinden von der Gästeliste Das leise ist mir falsch gelegt Ich finde dich schon noch Gut Mal gucken Die Gäste sehen aus Als feiern sie noch unten Alle normal Die haben glaube ich nichts mitbekommen Ich freue mich auf die Feier heute Abend Auch wenn dort so viele langweilige Männer Über ihre missglückten Geschäfte reden werden Was würde ich nicht dafür geben In dieser schrecklichen Stadt Eine feine jungen Muskel zu treffen Jemand der beispielsweise das Campbell schätzt und mir Lydia Lydia's Ladyboy Ich gucke hier nochmal rein Nice Alles nice Sind ja bestimmt reich Aber Moment mal Sprich mit der Zielperson Lydia Leere liebt Lydia ist Ladyboy Also wirklich Mal gucken Mal gucken Mal gucken. Ähm... Hier ging es runter. Ich glaube nicht, dass die unten mich gleich angreifen. Ich hoffe es mal. Verzieh dich und zwar schnell. Okay. Lydia. J. Kräfte, nein. Notizen, nein. Ziele, ja. Müssen wir uns hinweisen. Lydia. 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 Lydia Bull trägt heute Abend weiß. Lydia, wo bist du? Ach ja, ist er auch markiert. Ja. Ich glaube, ich weiß, wer Sie sind. Wirklich? Wer bin ich? Lydia, richtig kann ich Sie für ein Gespräch unter vier Augen gewinnen. Kluges Kerlchen. Jetzt sagen Sie mir Ihren. Ich bin nur ein einfacher Gast. Das bezweifle ich. Sie sind hier der interessanteste Mann. Und ich kenne die anderen wahrlich gut. Wie fesch diese Wachen sind. Ich hoffe, dass diese solche so wahrlich nicht vorbei ist. Ich hoffe nicht, dass es Mrs. Brimsley war. Wir verfolgen Sie hier. In den Keller. So viel Auswahl heute Abend. Wem soll ich wählen. Mich? Oh, gruselige Maske. So kommt auch her. Ja, ja, ich bestehe hier nur die Gäste. Ich bin die neue Leibwache von Lydia Boy. Der Opa-Obsseer wird auch zur Feier kommen. Was für ein Langweiler. Ne, ne, den habe ich schon getötet. Der wird nicht zur Feier kommen. Ah. Noch lebt sie. Ich würde gerne gucken, wie lange sie noch lebt. Ne, leider nicht. Schade. Ich kann sie nicht ertrinken. Hier kein Wascher. Komm, Draten, frisst sie auf. Jetzt ist Lady Ball aber tot. Jetzt fresst ihr sie auf, oder? Hier, fress sie. Ich gehe da mal. Tschüss. Mal gucken. Äh, Alter. Hat jemand Lydia gesehen? Hilfe. So. Hat jemand Lydia gesehen? Ich werde den Part hier aber auch mal beenden. In der nächsten... Im nächsten Part sehen wir dann, was da so passiert noch. Bis dahin und ciao.